Urdhva-Dhanurasana in Baddha-Hasta-Shirshasana, das Rad mit Kopf, im Kopfstand mit verschränkten Händen. Komme zu Urdhva-Dhanurasana, was das gleiche ist wie Chakrasana, halte aber den Scheitel auf dem Boden, falte die Hände hinter dem Kopf und gib die Ellbogen auf den Boden. Du könntest natürlich auch in diese Stellung vom Kopfstand hineinkommen, indem du aus dem Kopfstand die Füße nach unten gibst. Leichter ist es, von der Rückenlage dorthin zu kommen.